Obwohl sie nicht begeistert schien, hat sich Morrigan die Aufgeheiß ihrer Mutter angeschlossen und sich bereit geklärt, dich sicher durch die Wildnis zu führen. Sie hat außerdem vorgeschlagen, dass sie als erstes in einem Dorf nördlich der Wildnisstation macht, um euch auszuruhen und eure Vorräte aufzustocken. Herzlich willkommen zurück und ein frohliches Moin zurück zu Dragon Age Origins. Da wären wir. Hä? Huch? Achso, wir haben ja noch den Zauber drin. Ähm, ja, wir haben uns das letzte Mal hier in Lothering aufgehalten, haben uns mit den Dieben geeinigt, also die sind jetzt davon gerannt quasi. Dann haben wir uns noch mit den Protagonisten hier, Alistair, Morrigan und Marnes Lou, habe ich ihn genannt, unterhalten. Und wollen uns jetzt ein bisschen die Stadt anschauen. Kann sein, dass ich nachher noch einen Anruf bekomme, da muss ich noch mal kurz Pause machen. Also, reden wir mal kurz über eure Mutter. Ich würde lieber über eure Mutter reden. Da gibt es nichts zu reden. Außerdem ist eure Mutter doch eine böse Hexe, die mitten im Wald lebt. Das ist viel interessanter. Für euch vielleicht. Aber ihr findet sicher auch den Moosbewuchs auf Steinen in... Wie ihr wünscht. Interessant. Wisst ihr, was noch viel interessanter ist? Und da ist Abtrünnige. Magier außerhalb des Turms. Das ist gegen das Gesetz, wisst ihr? Habt ihr das in irgendeinem Buch gelesen? Hoffentlich waren die kleinen Buchstaben nicht zu anstrengend für euch. Seid ihr jetzt fertig? Wir müssen uns aber auch nicht über eure Mutter unterhalten. Ist mir auch recht. Hm, das sind alles Flüchtlinge. Ich glaube, mit denen brauche ich nicht reden. Krankenschwester. Was ist das für ein Aufruhr? Ich habe gehört, es wird erledigt. Ich habe einen Kampf. Flüchtling. Flüchtling, Flüchtling, Flüchtling. Scharf, scharf, scharf. Sobald ihr fort seid, wer wird wieder andere Banditen kommen. Hä? Wieso andere... Ach so. Ja, das kann schon sein. Hallo, Bauer. Kann ich euch helfen? Ich rede normalerweise nicht mit fremden Elfen, die hier herumschleichen. Äh, ich sollte gehen. Ich bin nicht nur ein Elf. Ich bin ein Grauwerker, Grauwächter. Hast du irgendwas gegen Elfen? Das ist eine gute Frage. Hm. Ich schleiche nicht irgendwie umher. Danke. Ich habe einige Fragen. Habt ihr was gegen Elfen? Ich kenne euch nicht. Warum sollte ich also nichts gegen euch haben? Wir werden hier schon von genügend Fremden überrannt. Sie machen nichts als Ärger. Ich könnte ja ein bisschen Stress machen. Das, was du willst. Ich habe einige Fragen. Ich kann nicht versprechen, dass ich sie beantworten werde. Wer... Who's in charge of this village? Ja, wer ist denn eigentlich hier? Ihr könntet mit der Ältesten sprechen. Sie hat allerdings genug damit zu tun, alle wieder auf den Weg zu schicken. Zurzeit gehen die meisten Leute zu Sir Bryant. Er führt die Templer der Kirche an. Sir Bryant? Hm. Sind diese Banditen immer außerhalb des Dorfes? Waren? Ihr meint, sie sind fort? Ja, ich werde... Ja, ich nehme das mal als Instanke an. Ja, ich habe sie... Ich habe sie herausgefahren. Was? Wie tugendhaft von euch. Jetzt ist niemand mehr hier, der die verderbten Flüchtlinge verscheucht. Aber Sir Bryant wird es freuen. Er hat erwähnt, dass er demjenigen, der sie von hier verjagt, eine Belohnung zahlen würde. Was geht also hier vor? Was hier los ist, das kann ich euch sagen. Die Chasen-Barbaren und sämtliche Bauern südlich von Cailenheart fliehen vor der dunklen Brut. Nicht, dass wir hier sicher wären, jetzt wo die Armee abgezogen ist. Entschuldigung. Ähm, ja, dann gehe ich mal. So, das scheint also schon mal relativ gut gewesen zu sein, was wir gemacht haben. Nämlich die typisch da ein bisschen vertrieben. So. Die sitzen, stehen überall Flüchtlinge rum. Ich kann das ja auch passieren. Wusste ich gar nicht. Äh, doch, wusste ich schon. Aber jetzt in der Situation. Ihr da. Wenn ihr einen sicheren Unterschlupf sucht, muss ich euch warnen. Ihr werdet keinen finden. Wie bitte? Zieht weiter, wenn ihr könnt. Lothering ist verloren. Warum? Was meint ihr damit? In den letzten zwei Tagen sind Flüchtlinge aus dem gesamten Süden zu uns geströmt. Die Kirche und die Taverne sind völlig überfüllt. Es gibt einfach nicht genug Lebensmittel für alle. Und wir Templer können kaum noch die Ordnung aufrechterhalten. Woanders wärt ihr besser dran. Darf ich euch ein paar Fragen stellen? Ich bin nur hier, um nach dunkler Brut Ausschau zu halten. Ich meine es nicht böse, aber bitte fragt jemanden im Dorf. Tja, hat hier irgendjemand das Sagen? Der Ban ist mit Terran Login nach Norden gezogen. Lothering ist also nicht selbst überlassen. Die meisten Leute wenden sich an die Älteste Miriam. Ihr könntet aber auch mit Sir Bryant in der Kirche sprechen, nehme ich an. Das ist eure Entscheidung. Meine Entscheidung, mit dem anderen zu reden? Ja, ich hab mal gucken, ne? Mit Fuji? Ach, Flüchtling. Das kommt mir alles so bekannt vor. Oh, wie sie jammern. Verschwindet, ich kann verlangen, was ich will. Ihr schlagt Profit aus dem Unglück der Leute. Ich sollte die Templer rufen, damit sie alles verschenken, was ihr in euren Wagen habt. Das wagt ihr nicht. Wenn ihr meinen Waren auch nur einen Schritt zu nahe kommt, werde ich... Schön, dass alle in so einer Krise zusammenhalten. Geradezu herzerwärmend. Oh, ihr da. Ihr wirkt kräftig. Hättet ihr Interesse daran, einen kleinen Profit zu machen, indem ihr einem Geschäftsmann in Bedrängnis helft? Mach das alleine? Warum sollte ich dir helfen? Hatte ich nicht den Profit erwähnt? Er verlangt Wucherpreise für Dinge, die die Leute dringend benötigen. Er füllt sich die Taschen mit ihrem Blut. Nur der Stärkste überlebt. Wenn die anderen an seiner Stelle wären, würden sie genau dasselbe tun. Ich habe nur begrenzte Vorräte. Die Leute entscheiden, was sie ihnen wert sind. Die meisten eurer Waren habt ihr denselben Leuten erst letzte Woche abgekauft. Jetzt müssen sie fliehen, um ihre Leben zu retten. Und ihr denkt nur an euren Profit? Hört zu, Fremder. Ich gebe euch 100 Silberlinge, wenn ihr mir diesen Pöbel vom Hals schafft. Fangt am besten mit dieser Priesterin an. Ich bin einfach nur ein ehrlicher Händler. Tja. Könnt ihr das Angebot übertrumpfen, Schwester? Ähm. Denkt ihr nicht, ihr seid ein wenig skrupellos? Ich soll den umbringen? Bin auch nicht bekloppt. Die wollen ihn ja auch behalten. Die wollen ja nur, dass er nicht so Wucherpreise anbietet. Denkst du nicht, dass du ein bisschen skrupellos bist? Würde es diesen Leuten etwas mehr helfen, wenn es überhaupt nichts zu kaufen gäbe? Sie opfern ihr letztes Geld, weil sie verzweifelt sind. Und dieser Mann beraubt sie genau wie die Banditen vor dem Dorf. Hm. Ah, ich diskutiere nicht mehr mit euch. Verjagt diese Frau und verdient euch eure 100 Silberlinge. Sonst nehme ich meinen Wagen und verschwinde hier. Puh. Ich denke, du kannst einen Kompromiss eingehen und immer noch Profit machen, oder? Hm. Senke deine Preise oder verliere deine Güter. Ja, auch eine Idee. Also, okay. Wenn das dein Wunsch ist. Hm. Also, ich bin ja elf, ne? Habe ich mal auch zwölf? Ähm. Puh. Solche Einschüchter. Ich kann ja noch nicht einschüchter. Ich meine, ich habe zwar Redekunst geübt, aber so gut nun auch wieder nicht. Hm. Ich denke, du könntest einen Kompromiss machen und trotzdem Profit. Hm. Wir versuchen, ihn mal zu überreden. Vielleicht, wenn diese Frau zustimmt, dass ich zumindest einen kleinen Aufschlag erhebe. Tut, was ihr tun müsst. Solange die Preise nicht so hoch sind, dass sie die Bedürftigen ruinieren. Gut, gut. Das wäre erledigt. Und da ihr nicht sonderlich bedürftig aussieht, gelten für euch die normalen Preise. Dann ist unsere Aufgabe also, jeden Dorfzwist persönlich zu schlichten? Das wird die dunkle Brut mächtig beeindrucken. Ja. Definitiv. Vielen Dank für eure freundliche Unterstützung. Der Erbauer möge über euch wachen. Das... Morrigan ist dagegen? Was? Morrigan, wir müssen reden. Ja, wir müssen auch reden. Jo. Komm, ich streichel dich mal. Jo. Der mag das. Morrigan? Was wollt ihr von mir? Ähm, ich möchte euch etwas fragen. Wenn es sein muss? Äh, ich möchte euch... Schon gut. Was wollt ihr von mir? Ich möchte euch etwas Persönliches fragen. Wir sind nicht allein, demzufolge auch nicht ungestört. Aber wenn ihr dennoch fragen möchtet, dann bitte, was ihr wollt. Nee, denn doch nicht. Wieso war Morrigan dagegen? Naja. Ich nehme nicht an, dass ihr etwas kaufen wollt. In der Tat. Zeig mal. In Ordnung, aber kauft nicht alles auf. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Was hat er denn? Ui. Teure Sachen. Was haben wir eigentlich an Geld? Ach, vier Goldmünzen. Ja, das geht ja eigentlich, was wir da noch haben. Ähm, Zaubererstab. Oh, der ist aber hübsch. Elf Goldmünzen. Alter, Finne. Hm. Was haben wir hier? Gestutzter Leber. Leber. Gestutzter Leberhelm. Gestupste. Nicht der Handschuhe. Entschuldigung. Und aber da ist alles im Goldbereich. Alter, Finne. Ja, ich. Also, ich wollte mich ja nicht bei den. Bei den. Bei der Tante wollte ich mich nicht unbedingt machen. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte ihn auch nicht wegschicken. Ich wollte nicht, dass er geht. Also sollte er schon bleiben. Da blieb nur einschüchtern oder überreden als Möglichkeit. Das Überreden, das Ergebnis seht ihr ja. Bei einschüchtern. Hm. Da hätte ich ihn angedroht, die Preise zu senken. Mutter, wo bist du? Was? Kettenrüstungsschuhe. Brauch ich nicht. Äh. Aber nicht. Ja, ja, ist ja gut. Ich sollte aber... Nee, ich könnte aber bei ihm noch was verkaufen. Die Kirche betreibt noch... Und Aileen sprach zu den Massen. Mein Herd ist euer. Ja. Mein Brot ist euer. Sagt meine Mutter auch immer. Mein Leben ist euer. Denn alle, die im Licht des Erbauers wandeln, sind eins. Ähm. Äh. Was habt ihr an der Anschlagstafel? Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Wie, das war's schon? Komm, wir waren noch nicht fertig. Jeder möge auf seinen Nachbarn Acht geben. Sodass als Lohn auch... Überall nur Banditen. Erfasst im Namen von Sir Brian, Templer und Verteidiger des Glaubens. Wisset, dass allen die Flüchtlinge berauben, die Qualen des Todes drohen. Der Bauer verabscheut Banditen und ihresgleichen. Die Templer loben für die Gefangennahme und die Beseitigung der Banditenanführer in den Wäldern und auf den Straßen im Norden eine beträchtliche Lohnung aus. Doch Vorsicht! Die Banditen sind zahlreiche und kampferprobte. Nur schwer erfahrene und gut ausgebildete Kampftruppen sollten sich in den Wald wagen. Wir beten für den Erfolg derer, die diese Mission auf sich nehmen. Angesehene Einwohner und Reisende berichten von drei derartigen Banden im nördlichen Wald. Der bescheidene Kantor selbst möchte Sir Brian's Warnung wiederholen, auf dass ihr nicht als weitere Opfer dieser bösen Männer enden möget. Die Belohnung für diesen Dienst beträgt drei... Beträgt drei... Survei... 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 Möge der Bauer in unserer Stunde der Not über seine Kinder wachen. Die Art Schlagtafel. Okay. Ja. Annehmen. Pupschmock gleich im Ziehschildrafen gehen. Was? Wenn alle Fundamente aus Stein, Marmor oder jeglichem... Ja, ja, ist ja gut. Ähm... Sollte kein Problem sein. Gestutzter Helm. Ich wollte mal gucken, ob der... Alice... Ob der Alistair noch die Schuhe braucht, die ich gerade gefunden habe? Die? Nee. Äh... Ach hier. Nö, brauche ich nicht. Okay. Dann habe ich gerade noch einen Helm gefunden. Gestutzter Helm. Ist auf jeden Fall besser. Stufe 2. Körperliche Wiederstandsgruppe. Das ist ganz gut. Kann ich dem Hunden leider nicht geben. Ähm... Brauche ich den? Ich denke nicht. Ich kann ihn gar nicht tragen. Alistair braucht ihn, denke ich, auch nicht. Und Morrigan möchte ich das eigentlich nicht antun. Sie hat so noch wesentlich mehr Ausdauer. Doch, das soll sie mal behalten. Hallo. Äh... Ich nehme nicht an, dass ihr etwas kaufen wollt. Doch, ich möchte gerne... In Ordnung, aber... Kauft nicht alles auf. Ich möchte gerne was verkaufen. Und ich möchte gerne... Äh... Was möchte ich verkaufen? Ich möchte... Komm, die Ketten-Schuh. Schuh, 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 Schuh. Oder behalte ich mir einen davon noch? Ach, ich bin mal so unsicher, wenn ich jetzt nämlich jemanden finden sollte. Und die Proben möchte ich eigentlich aus Ästhetikgründen behalten. Ach, immer, ja. Na komm. Wir müssen ja aber was verkaufen. Wir laufen sonst über. Schild der Grundwächter. Kurzbogen. Da können wir erstmal einen verkaufen. Ich schaue gleich nochmal genauer durch. Verkaufe erstmal das Doppelte und das Olle. Kriegs... Kriegs... Hier haben wir noch ein Crossbow, Ulme, Esche, Schuh, 288, 8, der kann weg. Ähm... Boah, so viel. Das sind zwei Hände? Ja. Das sind zwei Hände? Ja. Schasint, Flachklinge, den einen musst du noch abgeben. Ich wusste jetzt nicht welchen. Hm, ich lasse das erstmal. 12 Geschick, 440, 480, den können wir verkaufen. So, hier noch Kettenschuhe. Komm, die können wir komplett... Sind eh nix wert. Die güldenen Dinger behalte ich mal noch. Ich habe nochmal Schuhe. Hm, mittelschwere Handschuhe, 16 Stärke, 95. Und Schuhe, Stufe 2, und Schuhe, Stufe 2. Hm. Gestutzten Helm wollte auch keiner haben. Na gut. Ähm, oh, was ist das? Surveyor. Surveyor. Ähm, dann haben wir hier noch was. Und dann noch was. Und hier noch was. Ach, das kann ich auch zurückkaufen? Okay. Könnte ich das die ganze Zeit machen? Ich denke nicht. So, ein wenig konnten wir aufräumen. Gut. Dann, ähm... Gehen wir mal rein. Gut. Diese Stimme. Die erschreckt die Kinder. Es ist besser, sie jetzt selbst dem Tod zu übergeben, als sie in den Händen der dunklen Brut leiden zu lassen. Das kann ich die Stimme kennen. Das ist eh so. Eine dieser Kreaturen ist bereits unter uns. An diesem Mann klebt der Gestank des Bösen. Seht ihr denn die abscheuliche Dunkelheit nicht, die in ihm steckt? Warum senkt ihr eure Stimme nicht ein wenig? Gibt es hier niemanden, der diesen Irren das Maul stopft? Ihr solltet mal mit euren Anschuldigen vorsichtig sein. Ignoriert ihn einfach. Ich jedenfalls werde es tun. Senkt eure Stimme. Ich habe gesehen, wie die schwarze Horde auf mein Volk niedergegangen ist. Ich werde nicht schweigen. Bitte aufhören! Jemand soll ihn zum Schweigen bringen! Aber er hat doch recht! Der Bern hat uns verlassen! Wir werden sterben! Diese Kreatur ist nur die erste derer, die uns vernichten werden! Jetzt ist Schluss. Ihr verschwendet meine Zeit. Schreit ruhig weiter, wenn ihr wollt, ihr armer Mann. Was ist euch widerfahren? Seid keiner... Was ist euch widerfahren? Genau, ich nehme mich seiner Sorgen mal an. Meine Familie! Mein Clan! Diese Kreaturen haben sie alle niedergemacht. Einige von uns sind hierher geflohen! Aber wir können der dunklen Brut nicht entkommen! Soll ich mal weiter versuchen zu besänftigen und mit ihm reden? Ich denke, das wäre wohl das Beste in der Situation. Vielleicht beruhigt er sich ja wieder ein bisschen. Das muss schrecklich gewesen sein. Wie seid ihr entkommen? Nein! Ich weigere mich, einem Mann zuzuhören, der von der dunklen Brut verdorben ist! Ich bin nicht böse. Bitte sprecht mit mir. Ich bin gerannt und die Schreie meiner Frau folgten mir! Aus Skyrim kenne ich ihn. Das ist der... Der Narr. Wie hieß er denn noch? Ähm... Zizuro. Genau. Ähm... Ich bring sie nicht zurück, indem ihr diese Leute hier verängstigt. Ihr ehrt ihren Tod nicht, indem ihr euch so verhaltet. Es ist beides richtig. Ihr bringt sie nicht zurück, indem ihr diese Leute hier verängstigt. Ja... Ihr habt recht. Ich werde gehen. Er hatte recht, nicht wahr? Für uns besteht keine Hoffnung mehr. Es gibt immer Hoffnung. Das solltest gerade du wissen, als Bringer des Lichts. Ihr alle raus! Sie bewegt euch! Es gibt immer Hoffnung. Ihr habt recht. Wir dürfen nicht aufgeben. Aber wir sind keine Kämpfer. Was sollen wir tun? Wir können uns nicht einfach hinlegen und auf den Tod warten. Wir müssen nach Norden. Nach Denerim! Ja, genau. Euer König ist tot! Es gibt keine Hoffnung mehr! Schreist du jetzt noch weiter? Ich hoffe, du bist fertig. Templer? Jetzt, wo dieser verfluchte Chase entfort ist, verschwinden vielleicht auch meine Kopfschmerzen. Ein Dolch! Ein Nutzloser, oder? Hier nutzt ja keiner ein Dolch. So, nee. Da oben gehen wir gleich hin. Ich wollte hier nochmal gucken. Flüchtlinge. Wo geht das denn hier hin? Zur Kirche? Samarin. Wenn ihr Zuflucht sucht, muss ich euch leider mitteilen, dass in der Kirche kein Platz mehr ist. Ihr habt geschlossen? Sehe ich etwa wie ein Flüchtling aus. Es kommen so viele nach Lothering. Da lag die Vermutung einfach nahe. Ihr findet Priester im Inneren, falls ihr dem Erbauer huldigen möchtet. Möge er uns alle beschützen. Wer hat in dieser Kirche das Sagen? Die Kirche selbst wird von der ehrwürdigen Mutter geleitet. Ehrwürdige Mutter? Und Sir Bryant ist der Anführer der hier stationierten Templer. Wusstet ihr, dass es am Hochweg Banditen gab? Gab? Habt ihr sie vertrieben? Sir Bryant wird darüber ausgesprochen erfreut sein. Ich hab sie nicht gedötet. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Nicht seit Terran Loghain mit seiner Armee hier vorbeigezogen ist. Was mit dem König geschehen ist, ist eine Tragödie. Aber die anrückende dunkle Brut lässt kaum noch Raum für andere Gedanken. Okay. Liebt wohl. Der Erbauer möge euch beschützen. Ja. Äh. Dir auch. So. Wo war ich denn noch nicht? Am... Dam, 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 dam. Am anderen Ufer war ich noch nicht. Was ist das hier? Dains? Äh. Flücht... Flucht? Äh. Flüchtling? Ist... Wir gehen erstmal rein. Die Kunari. Die vor mittlerweile drei Jahrhunderten auf der nördlichen Insel von Pavollin an Land gingen. Würdet ihr mir etwas verraten, Morrigan? Habt ihr euer ganzes Leben in diesem Wald verbracht? In und wieder ging ich... Warum sagt er immer wieder, dass ich dumm sei? Das stimmt doch gar nicht, oder? Na, wenn ihr das schon jemand fragen müsst... Es gibt Berichte von unherstreifender dunkler Brut. Könntet ihr mal aufhören zu quatschen? Ist das hier laut? Und die Kirche ist ganz schön klein. Also, niedrig. Nein. Hallo, Sir Brian. Ja? Darf ich fragen, wer ihr seid? Nun, ich bin einer der grauen Wächter. Frage ist... Soll ich sagen, dass ich ein grauer Wächter bin? Ah! Ich dachte, die sind jetzt böse auf mich. Hm. Verzeiht mir. Ich wollte nichts stören. Das macht nichts. Möge der Erbauer über euch wachen. Ich sag erstmal nicht, wer... Was? Wie? Ja? Darf ich fragen, wer ihr seid? Ja, das hatten wir ja gerade schon. Ich... Pfff... Nichts von Wichtigkeit. Nennt mich einfach Phages. Ich bin Sir Brian, der Kommandant der verbliebenen Templar Lotherings. Ihr wirkt nicht wie die anderen Flüchtlinge. Gehört ihr zu Arl-Eamons-Rittern? Hm. Hm. Was wäre wenn? Ich bin ein grauer Wächter. Puh. Kommen hier viele Ritter her? Soll das Ritter oder Templar heißen? Ich glaub Ritter. Wächter. Es waren einige in letzter Zeit. Arl-Eamon ist erkrankt und alle seine Ritter sind auf der Suche nach der heiligen Urne mit der Asche Andrastes. Es heißt, sie heile alle Krankheiten. Er muss wirklich sehr krank sein, wenn ein Wunder das einzig mögliche Heilmittel ist. Einer der Ritter des Arls, Sir Dunnel, ist hier und jagt Hirngespinsten. Nach, während, wie auch immer, fragt ihn selbst, wenn ihr euch für seine Torheiten interessiert. Ähm. Ich brauche eine Information. Über die Banditen außerhalb des Dorfes. Beim Atem des Erbauers. Wie oft müssen wir sie denn noch verjagen? Wie oft müssen wir sie denn noch verjagen? Sie haben mich ausgeraubt. Einmal weniger. Ich hab sie rausgehauen. Hm. Einmal weniger. Wirklich? Sind sie fort? Es ist wahr. Ich habe selbst gesehen, wie diese Bastarde in Richtung der Hügel gerannt sind. Das ist tatsächlich eine beeindruckende Leistung. Würdet ihr eine kleine Belohnung für eure Mühen akzeptieren? Also, na gut. Ich könnte ein Auge... Oh, was? I could keep an eye out of for trouble. Ja, ich könnte natürlich immer nochmal ein Auge draufwerfen, ob da noch was passiert oder so, ne? Das stimmt allerdings. Ich wünschte wirklich, ich könnte mir derartige Hilfe leisten. Bitte nehmt eure Belohnung. Das ist alles, was ich euch anbieten kann. Falls es euch interessiert. Die Anschlagtafel des Kantos ist voller Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Ja, ja, ja. Für einige davon bietet er sogar eine Bezahlung an. Ach, guck. Also, falls ihr sonst nichts mehr benötigt? Ich brauche einige Informationen. Natürlich, solange es sich um etwas Wichtiges handelt. Wo ist Al Iman? Ähm. Gibt es Neuigkeiten? Das ist eine tolle Frage. Abgesehen davon, dass sich uns die Horde der dunklen Brut nähert? Keine davon ist gut. Es heißt, Terran Loghain wolle sich selbst zum König erklären. So kommt eine Katastrophe zur anderen. König Cairn hatte keine, keine Heuer? Keinen, von dem wir wüssten. Keine Heuer? Terran Loghain hat keinen rechtmäßigen Anspruch auf den Thron. Auch wenn er ein Held und seine Tochter die Königin ist, so bleibt er doch ein bürgerlicher. Außerdem ist der König noch nicht einmal richtig kalt. Wenn Al Iman die Möglichkeit gehabt hätte einzugreifen, wäre es vielleicht... Es kümmert mich nicht, wer den Thron besteigt. Nur Narren streiten um ein Haus, während es um sie herum abbrennt. Bist du hier auf... Was, auf der Durchreise? Die ehrwürdige Mutter führt diese Herde. Ich befehlige nur ihre Templer. Normalerweise ist es unsere Aufgabe, die Kirche zu beschützen und nicht genehmigte Magie aufzuspüren. Aber zur Zeit können wir ausschließlich die Unschuldigen beschützen. Wo finde ich die ehrwürdige Mutter? In ihrem Arbeitszimmer nehme ich an. Sie bereitet vermutlich alles vor, was sie mitnehmen wird, wenn wir doch evakuieren müssen. Wie kämpfen die Templer gegen Magie? Uns steht mehr zur Verfügung als nur Schwerter. Wir wurden auch gelehrt, unheilige Magie zu bannen. Wenn wir nur auch die dunkle Brut mit unseren Kräften aufhalten könnten. Aber leider ist es nicht so. Bist du der einzige Schutz, den dieses Dorf hat? Unser Ben wurde von Terran Loghain zu sich befohlen und hat seine Soldaten mit nach Norden genommen. Lothering wurde sich selbst überlassen. Lass uns über etwas anderes reden. Natürlich, solange es sich um etwas Wichtiges handelt. Ach, nichts weiter. Also, falls ihr sonst nichts mehr benötigt... Es sieht ziemlich trist aus im Dorf. Ja, das tut es. Da der Ben seine Männer mit in den Norden genommen hat, ist das Dorf seinem Schicksal überlassen. Wir werden so viele wie möglich evakuieren, bevor die Horde hier ist. Ich bleibe, solange ich gebraucht werde. Also, falls ihr sonst nichts mehr benötigt... Soll ich ihm echt sagen, dass ich ein grauer Wächter bin? Ich habe ja jetzt einen schlechten Ruf, weil die Leute sagen... Die Leute sagen, die grauen Wächter haben den König getötet. Wenn ich jetzt sage, dass ich ein grauer Wächter bin, dann habe ich erstmal verkackt. Ich gehe erstmal und komme später auf das Gespräch zurück. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Möge der Erbauer über euch wachen. Ja, das möge der Schläfer dich erleuchten. Sir Donald? Wer? Bitte verzeiht. Ich habe euch nicht kommen sehen. Sir Donald. Seid ihr das? Alistair? Beimer Bauer. Wie geht es euch? Ich... Ich war mir sicher, ihr seid tot. Noch nicht. Und das ist nicht Terran Loghains Verdienst. Wenn Arl Eamon wohl auf wäre, würde er Loghain umgehend in die Schranken weisen. Ihr seid also hier, um nach der Urne der Heiligen Asche zu suchen? Ja, das bin ich. Es heißt, Andrastes Asche würde jede Krankheit heilen. Aber ich fürchte, wir jagen einer Legende nach. Mit jedem Tag schwindet meine Hoffnung ein bisschen mehr. Solltet ihr nicht von der dunklen Brot fliehen? Meine Mission hat Vorrang. Aber trotz aller Bemühungen fürchte ich, dass ich mit leeren Händen nach Redcliffe zurückkehren werde. Erzählt man mir über die Heilige Urne der Asche. Ähm, ja. Der Heiligen über die Urne der Asche. Die Urne enthält angeblich die Asche der Prophetin Andraste. Ich nehme an, das wisst ihr bereits alles? Da ist ein Drache drauf. Äh, ich würde gerne hören, was ihr darüber zu erzählen habt. Wenn es euch wirklich interessiert, findet ihr hier Bücher, die enormes Wissen enthalten. Oh Gott. Nichts von dem, was ich gefunden habe, lässt mich glauben, dass diese Suche mehr ist als eine verzweifelte Hoffnung. Sobald Sir Hendrick eintrifft, werde ich nach Redcliffe zurückkehren und der Alessa genau das sagen. Äh, ja. Macht das. Euer Freund Sir Hendrick ist tot. Ich habe hier etwas, was ihm gehörte. Wer ist Sir Hendrick? Erstmal fragen. Ich wünsche euch viel Glück. Was? Und auch euch, Alistair. Nein, das war der falsche. Ich hoffe, wir sehen uns eines Tages wieder. Ja, jetzt. Nämlich gleich. Ich habe nämlich noch was vergessen. Das hoffe ich auch, Sir Dunl. Äh, dreh dich doch bitte nochmal um. Ach, schön euch wiederzusehen. Erlaubt mir noch schnell die Stelle in meinem Buch zu markieren. Nun denn, was kann ich für euch tun? Was ist deine Markierung gesetzt? Gut. Äh. Äh. Euer Freund Sir Hendrick ist tot. Ich habe hier etwas, das ihm gehört. Was? Und ihr habt sein Medaillon? Und eine Notiz? Bei Mer Bauer. Danke, dass ihr mir diese Dinge gebracht habt. Ansonsten hätte ich es nie erfahren. Es tut mir leid um euren Freund. Vielen Dank. Ich frage mich, wie viele von uns auf dieser wahnsinnigen Suche ein ähnliches Schicksal ereilt hat. Eigentlich dachte ich, ich könnte Al Iman treffen. Warum, wenn ich fragen darf? Weil wir seine Hilfe gegen Terran Loghain brauchen. Ich verstehe. Der Al ist zwar ein beliebter Mann. Bei ihm können wir es ja sagen. Aber Terran Loghain ist in ganz Ferelden ein Volksheld. Was auch immer der Terran getan oder gelassen hat, ändert nichts am Zustand des Aar. Ihm gilt meine größte Sorge. Habt ihr? Was auch immer der Terran Loghain, der in seiner Notiz erwähnt hat. Aber jetzt muss ich gehen. Lasst mich euch erneut danken, Herr. Ihr wart mir eine große Hilfe. Wie, jetzt haust du ab? Na schön. 20 Silberling erhalten. Quest absolviert. Sehr schön. Nur, dass... Nur, dass... Nur, dass... Nur, dass...